Oder weiß. Ja, warte mal herzlichen Glückwunsch. Komm jetzt zurück zu. Let's play the Elder Scrolls. Online. Was ist denn das? Ist hier plötzlich aufgepoppt vor mir. Das weiß ich zu schätzen. Auf so einem Symbol, wo so ein Bandit steht. Was heißt denn das jetzt? Grüße. Ja, sie ist. Ich weiß nicht, was das ist. Aber gut. Haben wir jetzt gemacht. Dann ist hier das Lager des kleinen Osurs. Da gehen wir doch mal hin. Zum Lager des Osurs. Das ist aber ein mächtiges Skelett hier. Das sind ja lauter Trolle. Kleiner Osur. Da ist der kleine Osur. Vielleicht möchte ich den nochmal töten. Töt mir doch mal den kleinen Osur. Ja, haben wir gemacht. Hat überhaupt nichts gebracht. Okay. Na ja, muss ja auch nicht. Kann ja nicht immer toll sein. Wobei, es sollte. Es sollte eigentlich immer toll sein. Na ja, gut. So, jetzt hätten wir da Quests. Schauen wir erst und holen das Buch. Und dann nähern wir uns dem Ende dieser Karte hier, würde ich sagen. Da können wir aber wieder die Hauptquest weiterführen. Das wäre auch mal toll, oder? Gut, haben wir. Schon Stufe 7. Sammlung vervollständigt. Alle Bücher unter... Über die Schneidermarkt gefunden. Sehr gut. Sehr gut. Das freu ich. So, hier gibt's ne Quest. Hey. Was machst du denn da? Na, das haben wir doch alle. Aber selbstverständlich. Da wollen wir eben die Quest markieren. Das dürfte sie sein. Okay. Mix rein. Hast du mich gerade salatiert? Nee. Okay. Dachte schon. Da habe ich so ausgeschaut, wie salatiert. So, da ist ein... Oh, da geht's irgendwo rein. Toll. Hey, Marcella. Mara, segne euch. Ja, dich, Ardo. Hat eine meiner Tempelwachen euch in diese Richtung geschickt? Ja, die hat gemeint, dass du ein wenig Hilfe brauchen kannst. Die Diebe sind geradewegs zum Reliquiar gegangen. Sie haben den Kelch und eine Reihe anderer Reliquien gestohlen. Diese Reliquien haben nur einen geringen Geldwert. Doch wir wissen, dass der Kelch von Mara mystische Eigenschaften besitzt. Ich vermute, sie hatten Hilfe. Und was soll ich denn da tun? Wir haben sie hierher verfolgt. Und mehrere Kapellenwächter sind hineingegangen, um die Reliquien zu bergen. Aber sie sind nicht zurückgekommen. Wärt ihr bereit, in die Ruine vorzudringen und nachzusehen, ob ihr unsere gestohlenen Reliquien findet? Natürlich. Oh, da. Haben wir es damit? Na gut, wir machen erst mal das. Ist ja wurscht. Die feste Sphinxfalde. Sphinxfalde würde ich vom Zweiten Kaiserreich als Garnison von Grenzsphären zwischen verfeindeten Bosmer und Kashid-Stämmen erbaut, um deren grenzüberschreitenden Raubzügen... Ich habe das Gefühl, das wird nochmal zum Running-Gag. Das habe ich jetzt aber gut in Scherft. Bin hineingetippt, tappt. Hi! So, jetzt hast du die Frage, erst da oder da? Eigentlich wurscht, ne? Oder ist es über mir oder was? Höhe! Achso. Ich brauche das. Oh! Bin ich hängen geblieben? Okay. Der andere da hinten, vollkommen unbeeindruckt. Noch. Ah, jetzt auch. Oh, und das jetzt wieder weg, Geräusch. Und was kann ich durchsuchen? Achso, die Fässer. Halt, was da? Hä? Hier. Okay, danke. Was ist denn geschehen? Wir sind gleich frei. Achso, kann man ausschließen. Warum wird mir hier Schatztruhe angezeigt? Chest. Wo? Wo ist der Chest? Ich sehe kein Chest. Er hat es aufschließen jetzt als Chest gezählt. Das ist doch lächelig. Wow! What? Dann bekomme ich ihn jetzt da hoch, da. Ein bisschen Lade. Nee. Da? Hoch. Hoch. Beinahe runtergeplumpst. Oh, was gibt's denn hier? Chest. Achso. Chest. Da hängt Schat nicht drin. So. So. Wow. Okay. Das haben wir. Jetzt müssen wir noch... Da war doch noch irgendwas. Wo ist denn Pilger? Schnell rüber. Okay. Hm. Hm. Wo muss ich denn hin? Ah, hier. Okay. Hilfe! Ich bin gefangen! Bitte helft mir! Was ist denn da ein Problem? Hilfe! Ich wurde in dieser Kraftlage gefasst, als ich den Raum befieße. Ja, manche von Ihnen reden... Aha, da hinten muss ich hin. Ah, mehr! Uh, 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 uh! Das tut aber ganz schön weh. Huch! Ich war sicher, dass ich lebe. Ich muss hier raus. Viel Glück! Ja, doch kein Problem. Habe ich gern gemacht. Immer wieder gern. So, jetzt haben wir ja alle... Ja, gut. Schauen wir mal. Ah, da hat er mich. Warte mal, Hickory, what? Flammenstab, oder was? Flammenstab. Ich brauche einen heilen Stab. Heiler Stab. Wo geht's hier hin? Hoch! Komm ich da irgendwo hoch dann? Kann ich da vielleicht mit Geschickten springen und... ...haha. Immerhin rocken. Ja. Aber ansonsten jetzt eher wenig. Oh no. Oh no. Das, äh, ist jetzt nicht gut. Kann ich hier irgendwie aufzatteln? Oh, oh, oh. Da muss ich jetzt... Wie war der Befehl? Stuck. Ach, Mist. Wollte ich aber auch wieder, ne? Ach, das habe ich wieder clever gemacht. Mist. Jetzt muss ich den ganzen Weg... Toll, Hämmertler. Toll. Das tut mir jetzt leid. Da muss ich jetzt den ganzen Weg nochmal neu laufen. Der gar nicht so weit ist. Okay. Das ist ja... Das ist ja schön. Da freue ich mich. Ich bin nicht positiv überrascht. Ach, da kann man auch drüber springen. Äh. Wer hätte das gedacht? Nee, der warme. Okay. Und da sind wir doch schon wieder. Ach, das ging ja. Aber jetzt deutlich mehr. Und längere Wege erwartet. Ist ja dann quasi sogar gut gemacht, ne? Was ist denn eigentlich mit dir? Banditten aus, weiter. Was, entschärfen? Druckplatte, entschärfen. Lagergewölbe. Lagergewölbe. Hey, ist da oben jemand? Hilft mir, bitte. Aber die Frau heißt, wie komme ich denn dann wieder... Achso, ich muss da eh runter, oder was? Nee. Muss ich nicht, aber gut. Dann gehen wir halt gleich mal zu dir. Machst du ein Problem mit den Krokodilen, oder? Ja. Ihr müsst mir dabei helfen, hier raus. Ich wurde von... Ein Stück. Ich denke, ich habe ein altes Buch oder ähnliches bei einem Skelett. Na schön, na schön. Ich stecke zwar hier unten fest, aber ich habe kleine Gesprächsfetzen belauscht. Oh, ja. Ihr rechnet mit. Was zur Hölle muss ich machen? Aber nur die Tönen, nee. Nee. Berühre die richtigen drei Platten. Wart. Wolltest du nicht jetzt wissen, welche die richtigen drei Platten sind? Die leuchtet schon. Jetzt kommt ein Hahnruf. Da muss ich jetzt sagen, bis demnächst. Tschö.